Yo, herzlich willkommen Leute, ich bin's wieder, Tivus LP und diesmal geht es um die Golden AK-47, was ich zu der Golden AK-47 sagen kann. Ihr seht vielleicht schon in den Aufnahmen, die ich hier habe, die hab ich aufgenommen, als ich das Goldene Katana hatte für 7 Tage. Und ja, es passt einfach perfekt zum Golden Katana, zur Golden Desert Eagle und zur Golden AK. Also, dieses Bag ist hartgeil und hätte man noch eine Goldene Nate, dann wäre es absolut geil gewesen, denn alles wäre Gold, es ist Schneeke einfach nur. Okay, von dem Punkt Damage her, macht sie auf den Kopf eben halt 100 Damage, also ein Schuss und der Gegner ist tot auf den Kopf, auf jegliche Distanzen natürlich. Auf eine Close Range macht sie auf den Oberkörper ungefähr an die, ungefähr, 37 bis 40 Damage. Und das ist wirklich viel, das ist eine overpowerte Waffe. Ich meine, selbst hier im 14 macht nicht so viel Damage. Und es gibt wirklich, wirklich sehr gute Spiele mit der AK und es macht auch wirklich Bock, mit der Golden AK raufzubratzen. Besonders, dass man sprayen kann und der Spray ist ja eigentlich richtig gut. Ich meine, bei der AK allgemein ist es hartgeil, wie man damit sprayen kann. Und oft liegt es dabei, dass man auch auf Distanz sprayen kann und dann richtige Killstreaks machen kann. Man hat es auch sicherlich schon bei diesen Monotox-Videos oder, keine Ahnung, mal da bei den jüngeren, bei den jüngeren, nein, bei den älteren Montages gesehen, dass die da einfach nur raufgesprayt haben und getroffen haben. Und, äh, ja, das ist die Geschichte der AK. Ich meine, dadurch wurden mehr Spieler so angeregt, mit der AK zu spielen. Und, ich meine, die ballert wirklich gut rauf. Auf den Füßen macht sie dann ungefähr an die 23, 23 bis 24 Damage. Und, das ist eigentlich auch wirklich gut. Also, naja, was heißt so gut, 24 ist nur 1 HP mehr, aber manchmal liegt es an den 1 HP mehr, um ihn zu töten. Denn oftmals macht man auch, ähm, 99 Damage, so wie bei der M4-1. Und, das ist nicht wirklich elegant, sozusagen. Nein, ähm, die Reload-Time beträgt 2,1 Sekunden und ist damit wirklich sehr gelungen, schnell. Denn, ähm, diese ist schneller als wie von der M4. Und, ich glaube, die hat sich sogar verschnellert. Also, damals, als die goldenen, also, allgemein die ganzen AKs noch nicht so schnell nachladen konnten und diese Kill-Animationen. Und, das alles wurde ja erst letztes Jahr, glaube ich, reingebracht, somit. Ähm, und am Anfang war es auch ein bisschen ungewohnt, dass die AK, allgemein die AK-Version, alle eine neue Reload, ähm, wie soll ich sagen, eine neue Reload-Animation bekommen haben. Aber, naja, jetzt ist es eigentlich, man sieht es normal an und vermisst das alte gar nicht. Außer, es gibt, naja, ich höre niemanden, der das wirklich vermisst, dieses alte Nachladen. Ich weiß nicht mal, wie es richtig nochmal aussieht. Auf jeden Fall, ähm, ihr wisst es alle, wie das Nachladen jetzt aussieht. Und, ja, ich kann euch nur raten, holt euch die goldenen AK, ihr bekommt sie im Black Market für 100 Coupons. Und die Coupons bekommt ihr eben halt per ZP-Crates oder GP-Crates, ähm, jeweils von dem Black Market, ja. Und, ja, wie gesagt, ähm, ihr könnt damit richtig rumsprayen, also, und sie verzieht auch eigentlich recht stark. Und der Spray-Muster ist wirklich, wirklich markant T. Also, ihr sprayt auf einer Ebene, so gut wie. Nur eben halt, dass sie wirklich nach oben verzieht und dann müsst ihr die Waffe ungefähr, keine Ahnung, wie tief runterhalten. Und dann sprayt ihr die alle nieder. Das geht wirklich gut und, ich mein, 35 zu, nee, 38 zu 114 Munition reicht eigentlich komplett aus. Ich mein, wenn ihr die ganze Zeit rumsprayt und Glück habt, dass ihr nicht abgeschossen werdet in Team Deathmatch, eignet sie sich eigentlich sehr, sehr gut und ich kann sie euch auch eigentlich, natürlich, naja, sie eignet sich für jeden Game-Mode. Nur eben halt, für Ghost-Mode ist es ein bisschen schwer, weil dieser Schall, also, wenn man schießt, dann ist noch so ein kleiner Schall dahinter, der ist natürlich nicht so gut. Also, bei Ghost-Mode würde ich euch nicht die AK gerne raten. Außer ihr seid natürlich der absolute Sound-Player, aber dann sprayt noch die anderen und, naja, je nachdem, wie ihr wollt. Ähm, Full-to-MT-Mac, also leergeschossen, ist sie in 3,7 Sekunden. Und, ja, vom Aussehen her, nicht so wie die Goldene M4, hat diese AK, also die Golden AK, hat einen leichten, schimmernden Effekt. Also, wenn ihr euch dreht, wenn ihr nachladet, wenn ihr schießt, sie schimmert so ganz leicht. Also, das ist wirklich cool gemacht und am hinteren Schaft ist eigentlich auf dem Bild, also, wenn ihr auf dem Z8 Games Profil schaut, ist da eigentlich noch so ein chinesisches Zeichen. Hinten beim Schaft, beim, ähm, ja, beim Schaft heißt es, oder bei der, äh, Schulterlehne, keine Ahnung, ähm, Schulterstütze, so. Ähm, ist da eigentlich noch so ein chinesisches Schein, chinesisches Zeichen, oh Gott. Äh, und, was soll man dazu sagen, also, das ist leider nicht bei der, also im Game so, aber bei dem Bild, ich wollte es nur nochmal sagen. Und, ein wirklich schönes Muster, was auf dem Buddy eigentlich ist. Und, das war es auch schon zum Review, ich hoffe, es hat euch gefallen. Holt euch auf jeden Fall die Golden AK, auch die Golden M4, wenn ihr sie noch nicht habt, denn, das sind Muss-Waffen eigentlich, wenn ihr ZP-Player seid. Und, äh, ich kann sie euch eigentlich nur empfehlen, denn, zwar werden viele die aufgraben, denn, allgemein, dass die Noobs, naja, was heißt hier Noobs, es gibt's jetzt nur noch Hacker. Und das sind richtige Lappen-Hacker, denn die sterben ganz schön oft, für, dass die hacken. Ich mein, pff, ich wollte ja nur sagen, das sind Lappen. Ähm, ja, auf jeden Fall, nevermind, das gehört nicht zum Review. Wir sehen uns im nächsten Video, ich bedanke mich fürs Zuschauen, schaut einfach mal bei meinen Partnerkanälen lang und, ähm, gebt einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, favorisieren, aber besonders abonnieren. Also, das war's von mir, tschüss Leute, it's tea time, bitch!